Hallo und herzlich willkommen zur Wettershow hier bei wetter.net. Ja, wo steckt denn eigentlich der Frühling fest? Und zwar der beständige Frühling mit einem Hoch, mit viel Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad. Nun, bei uns steckt er jedenfalls nicht fest. Wir haben zwar ein paar Tage mal gehabt mit Temperaturen um die 20 Grad, das war es dann aber auch schon. Wir stehen quasi zwischen den Tiefdruckgebieten, immer wieder ziehen tiefst über uns, die bringen teilweise kräftigen Regen. Ja, und das sehen wir auch in den kommenden Tagen, da ist eigentlich keine große Wetteränderung in Sicht, außer der Regen, der wird ein bisschen wärmer. Am Mittwoch werden 7 bis 12 Grad erreicht, ja, und am Freitag geht es dann rauf auf 8 bis 16 Grad. Aber viel freundlicher wird das Wetter nicht. Es bleibt bei vielen Wolken, immer wieder fällt Regen. Die Natur freut es vor allen Dingen im Südwesten, da fehlt noch einiges an Regennachschub, da war es in den vergangenen Monaten sehr, sehr trocken. Ja, schauen wir uns mal die Niederschlagsmengen an, die fallen können bis zum kommenden Montag und dann sehen wir eigentlich, es bleibt kaum ein Flecken in Deutschland trocken. Vor allen Dingen entlang der westdeutschen Mittelgebirge, aber auch Richtung Ostdeutschland und am Alpenrand, da kann es kräftig regnen bis Montag. Hier erwarten wir teilweise über 50 bis 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Ja, und wo steckt der Frühling fest? Nun, er steckt dort fest, wo man ihn eigentlich jetzt zur Jahreszeit vermuten würde, und zwar in Spanien und Portugal, also auf der Iberischen Halbinsel. Da haben wir morgen am Mittwoch um die 21 Grad, also richtig schön warmes Wetter. Ja, und sonst, da liegen die Temperaturen in Mitteleuropa zwischen 8 und 12 Grad. Das ist aber für die Jahreszeit eigentlich auch völlig ausreichend und normal. Richtung britische Insel, da ist es sogar noch ein bisschen wärmer mit bis zu 14 Grad. Ja, mit diesen Aussichten noch einen schönen Tag und tschüss, bis bald.